Ja Freunde, da bin ich wieder und meine Tour ist schon wieder vorbei. Ich war meine alte Schule besuchen, war übrigens sehr geil. Dann war ich bei der Kreis-CDU von mir. Bin auch eingeladen worden zum nächsten Treffen, das ist sehr geil. Ja, bin übrigens auch gefragt worden, ob ich der CDU nicht beitreten möchte. Aber erstmal abwarten. Und da ich ja das ganze Wochenende am Morgen früh nicht mehr da bin, da bin ich zwar noch erreichbar, aber nur in seltensten Momenten. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Zeit passieren, sonst gibt es Gema. Zwar bin ich ja wie angesprochen in Hockenheim, am Hockenheimring beim ADAC-GT-Masters-Finale. Link in der Beschreibung vom Ihr-Könnt-mich-Treffen-Video. Und Leute, gleich geht's hier los. Da werde ich in Raze-Room in meinem aktuellen Lieblingsspiel, wo ich ja schon rausgefunden habe, wo noch Infos dazu kommen, das ist schon länger her. Aber hier ist es gleich soweit, sobald es wieder fertig installiert hat, weil ich musste es kurz deinstallieren, um Platz zu schaffen für den Vlog, den letzten. Und ja, dann geht's los mit den Wettbewerben, Freunde. Ich bin voll mit drin. Ihr könnt auch mal antreten dort, wenn ihr wollt. Nur E-Mail bestätigen. Und Freunde, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir ruhig. Ich hab so eine schöne Word-Datei erstellt, die ich jetzt gerade nicht offen habe. Aber ich hab's mal erstellt, um dort Fragen drin zu speichern, die ich euch beantworten möchte. Zusammen mit einem anderen YouTuber. Aber wann wir uns, oder wann ich mich mit ihm treffe, müssen wir noch ein bisschen schreiben. Freunde, wenn alles klappt, so wie ich's möchte, gibt's dieses Wochenende jeden Tag einen Vlog. Aber nur dieses Wochenende, denn ich möchte versuchen, jetzt Weekly Vlogs zu machen. Nur, es ist nicht immer möglich, Weekly, also immer am selben Tag zu machen, wie zum Beispiel Freitag. Es ist nächste Woche zum Beispiel nicht möglich. Ich hab mir eigentlich Freitag genommen, aber es ist halt nicht möglich, weil ich schon Freitag morgens Tschüssi sah und bin unten in München. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum denn München? Ja, es ist nicht nur das Oktoberfest, wo ich eigentlich mal dieses Jahr hin möchte. Es ist auch, ich glaub, mein viertletztes Wondersport-Event in diesem Jahr. Und das möchte ich natürlich voll ausnutzen. Karten sind schon da, alles vorbereitet. Und Leute, nochmal zurückzukommen auf das Frage-Antwort-Dings, was ich machen möchte. Schreibt mir die Fragen am besten per PN auf Discord. Oder halt per Facebook-PN, da bin ich auch drin. Meine Facebook-Seite ist übrigens unten verlinkt. Die habe ich eigentlich Basis-Haber gemacht, um Berichte zu schreiben, die ich im Motorsport erlebe. Aber auch so ein bisschen zu zeigen, was ich so mache mit Bilder, Videos und ewig langen Berichten. Hoch und runter, einmal über das ganze Wochenende verteilt in einem riesen Bericht halt. Ja Leute, noch ein bisschen in Discord hier am Schreiben mit dem Magier Dark so ein bisschen. Ja, wenn ihr mich anschreibt, ich antworte auch. Das versuche ich zumindest durchgehend zu halten. Ja. Außer ich bin halt weg, da habe ich kein Internet. Weil mein Datenvolumen aufgebaut ist, aus welchem Grund auch immer. Leute, keine halbe Stunde mehr hier. Und dann habe ich es endlich. Dann kann ich endlich wieder an meinen Wettbewerben teilnehmen. Ja Leute, wie viele auch wissen, bin ich in vier Wochen in Hockenheim. Da treffe ich erneut Daniel Abt. Da mal schauen, ob man da vielleicht etwas mehr machen kann. Ihr könnt auch Fragen wieder an ihn stellen, wenn ihr wollt. Im letzten Video kamen nur Fragen für Felix durch, aber keine für Daniel. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mal Daniel fragen. Ja Freunde, endlich hat es gedownloadet. Es ist Wettbewerbszeit. Da freue ich mich jetzt. Jetzt gucke ich mal, was für ein Ergebnis ich rausfahren kann. Ich kann mich noch verbessern. Ja, schauen wir mal, wo ich rauskomme. Jo Leute, ich glaube, man sieht es mir an. Ich bin fertig. Wir haben zwar jetzt erst Viertel nach acht, aber ich bin so fertig. Tag heute war anstrengend. Und deshalb sage ich mal, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen heute. Lasst einen Like da, wenn ja. Den Rest kennt ihr ja schon, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Ciao.